So Leute, ich wollte euch updaten über das Thema oder über die Bewegung Britney Spears. Wir hatten das ja in meinem letzten Video besprochen, das war vor circa zwei Wochen. Mittlerweile hat sich so ein bisschen was getan. Ich wollte euch heute eigentlich nur auf den Laufenden halten, was da gerade los ist. Ihr wisst ja, ich bringe eigentlich die Sachen immer direkt auf den Punkt. Aber bevor wir mit dem Thema heute starten, möchte ich gerne an der Stelle erwähnen, dass dieses Video in Kooperation mit dem Kanal Hey Unico entsteht. Stellt sich einfach gleich selbst vor. Danke, dass ich mich hier kurz vorstellen darf. Ich bin der Drama Detective vom Kanal Hey Unico und wundert euch nicht über den Hintergrund, okay? Es ist alles sehr frisch, wir arbeiten gerade daran. Wenn ihr dieses Video brav fertig geschaut habt, ja, die Watchtime ist wichtig, könnt ihr danach gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Dort sprechen wir fast jeden Tag über seltsame Dinge, die Influencer getan haben, die in der Influencer-Welt passieren. Sind es Dramen, sind es ernste Geschichten? Wir decken dort alles ab und ich freue mich, euch dann bald dort sehen zu können. Aber bis dahin, viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns hoffentlich bald. Ist wirklich super sympathisch. Ihr könnt gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Falls ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr schon so ein bisschen, worum es geht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal reinklicken und euch das gerne anschauen. Seit zwölf Jahren hat Britney Spears Vater, Jamie Spears, so heißt er, die Vormundschaft für Britney. Und das heißt, dass er praktisch alle Entscheidungen für sie trifft, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung. Am 22. Juli hatte Britney ja ihren Termin, weil sie ja gerne aus der Vormundschaft rauskommen wollen würde. Sie geht da seit zwölf Jahren jedes Jahr aufs Neue hin, mit der Hoffnung, dass sie aus der Vormundschaft rauskommt. Dieses Mal haben sich ja alle Fans zusammengetan und eine Petition gestartet, damit Britney sich ihren eigenen Anwalt nehmen kann, damit sie richtig gegen diese Vormundschaft vorgehen kann. Viele Fans haben sich auf der Seite von Britney-Schwester getümmelt, Jamie Spears heißt sie, soweit ich weiß, und haben teilweise böse Nachrichten verfasst. Es kam ein Hater oder ein Fan, was auch immer, hat auf der Seite von Britney-Schwester kommentiert und gemeint, dass sie sich einmal zu der Geisteskrankheit ihrer Schwester äußern soll. Und das hat sie schon ziemlich attackiert und teilweise verletzt, hatte ich das Gefühl. Sie schrieb nämlich, und das muss ich ja einmal ablesen, so. Du hast kein Recht, über die Gesundheit oder private Angelegenheit meiner Schwester zu sprechen. Sie ist eine starke, knallharte, unaufhaltsame Frau. Dann schrieb jemand anderes darunter, vielleicht sollte sie das Ganze einfach klarstellen, um irgendwie Verschwörungstheorien und so weiter, ne, dem am Ganzen ein Ende zu setzen. Da gibt es ja etliche im Internet und da hat sie geschrieben, dass sie es halt nicht macht, wenn es die Person nicht möchte, dass darüber gesprochen werden will. Also anscheinend will es Britney nicht, dass man darüber spricht in der Öffentlichkeit und sie schreibt dann halt auch noch dazu, sie würde lieber den Hass der Öffentlichkeit auf sich nehmen, als über private Angelegenheit eines anderen zu sprechen. Und ich finde die Einstellung ehrlich gesagt auch richtig. Es gibt einfach Sachen, die halt andere Leute nichts angehen. Das an der Stelle. Mir war ehrlich gesagt klar, dass Britney nicht einfach aus der Vormundschaft rauskommt. Das bedarf ein Gutachten und so weiter und so fort. Man muss unter anderem auch die Person halt beobachten. Dann wird ein psychologisches Gutachten nochmal erstellt. Und dann wird halt nochmal, ja, darüber im Gericht entschieden, wie es denn letzten Endes sein wird. Fakt ist jedoch, dass der Vater immer noch die Vormundschaft hat. In der Verhandlung jetzt ging es aber eher darum, dass der Vater nicht alleine die Vormundschaft behält, sondern dass die Mutter mit eingetragen wird. Denn die Mutter hatte sich immer dazu geäußert und gesagt, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass der Vater nicht das Beste im Sinn für seine Tochter hat. Und deswegen wollte die Mutter halt auch gerne mit reingenommen werden. Ich weiß nicht, ob sie mit reingenommen worden ist. Mein Stand ist immer noch, dass der Vater die Vormundschaft für Britney hat. Viele denken ja zu dem Thema, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wird. Ihre Videos sind immer oder ihre Bilder sind immer innerhalb ihres Hauses. Sie ist irgendwie nie draußen. Und deswegen macht das auf viele einen sehr merkwürdigen Eindruck. Viele haben das Gefühl, da stimmt was nicht. Viele ihrer Fans glauben ja, dass sie deswegen auch gezwungen wird, diese Videos zu machen. Ich weiß nicht, da wurde ja neulich ein Video hochgeladen von ihr, in dem sie halt gesagt hatte, ja, ich beantworte eure Fragen, die ihr mir am meisten gestellt habt. In dem Video handelte es sich hauptsächlich nur um banale Dinge. Es ging nicht um diese Free Britney Bewegung. Das hat die Leute noch mehr verunsichert, dieses eine Video, weil jeder einfach nur wissen will, ob es ihr wirklich gut geht oder nicht. Dazu, zu dem Video kamen dann noch mehr Verschwörungstheorien. Angeblich steht unter ihrem Auge, je, dass sie unbedingt Hilfe braucht. Call 911 und bla bla bla. Das sind so die Sachen, die sich halt Leute teilweise auch ausdenken, was ich wirklich sehr schlimm finde. Irgendwie erinnert mich das an die Geschichte von dieser einen YouTuberin, die auch immer vor der Kamera sich so ganz komisch verhalten hat und letzten Endes erfunden hat, dass sie vermisst worden ist. Erinnert ihr euch noch an die? Ganz merkwürdige Geschichte. Joyce heißt die, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht sicher. Kommen wir zu der aktuellsten Sache, die jetzt vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Und zwar hat ihr Vater sich jetzt zu Wort gemeldet, öffentlich. Weil er einfach abgenervt ist von der ganzen Sache und von den Verschwörungstheoretikern, dass alle einfach keine Ahnung haben. Und ich muss sagen, kann ich es schon teilweise nachvollziehen. Ich kenne die Beziehung. Ich meine, wir müssen uns immer noch vor Augen halten, dass wir diese Menschen nicht persönlich kennen. Wir kriegen halt nur das zu sehen, was wir zu sehen bekommen von denen. Ich meine, die entscheiden ja, was wir zu sehen bekommen. Kann sein, dass der Vater geldgierig ist, kann aber auch nicht sein. Er meinte nämlich, dass er jeden Cent, den er ausgibt, vor dem Gericht offenlegen muss. Dazu hat er noch hinzugefügt, dass das kalifornische Gericht entscheidet, was das Beste für Britney ist. Der Vater wird von Fans bedroht. Also er kriegt Morddrohungen und sonstige andere Drohungen. Dazu hat er gesagt, dass solche Fans auf jeden Fall unerwünscht sind. Und ich finde das ehrlich gesagt auch richtig. Irgendwo muss man seine Grenze zeigen. Ich verstehe nicht, warum manche so aggressiv reagieren müssen. Mal abgesehen von dieser ganzen Fansache, finde ich es nur ein bisschen merkwürdig, dass selbst Prominente diese Free Britney Bewegung unterstützen. Paris Hilton, Miley Cyrus und dann gab es noch ein paar andere. Was denke ich über die ganze Sache? Ich denke, dass das alles so seine Gründe hat, warum es so ist, wie es ist. Natürlich würde ich mir für sie auch ihre Freiheit wünschen, aber es muss da echt einen Grund geben, warum sie da nicht rauskommt. Ich glaube nicht unbedingt an diese ganzen Verschwörungstheorien, die man im Internet findet, sondern ich denke einfach, dass sie nicht so weit ist, um aus der Vormundschaft rauszukommen. Ich denke einfach, dass sie immer noch Probleme hat. Aber wenn es bisher nicht geklappt hat, dann hat es auf jeden Fall seine Gründe. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich sie sehr dafür bewundere, dass sie seit zwölf Jahren in dieser Vormundschaft lebt. Ich könnte mir das absolut nicht vorstellen, wie schlimm das für mich wäre, wenn jemand entscheidet, ob ich heiraten darf oder nicht oder ob ich ein Kind bekommen darf oder nicht und dann auch mit dem Auto fahren. Man darf ja auch kein Auto fahren. Oder meine Ausgaben, dass das jemand so einschränkt und kontrolliert, finde ich echt krass. Würde ich in so einer Vormundschaft leben für ein Jahrzehnt, mehr als ein Jahrzehnt, wirklich, ich würde durchdrehen. Ich könnte das nicht, aber ich weiß halt auch nicht, wie das Menschen, die solch eine Störung haben, wahrnehmen. Noch eine Sache, die ich dazu anmerken muss. Ich finde es sehr unfair, dass viele auf ihre Schwester gehen und ihre Schwester attackieren. Viele denken, dass sie Britney einfach so im Stich lässt, was ich absolut nicht denke. Ich denke einfach nur, dass sie das Ganze nicht der Öffentlichkeit zeigt, sondern das Ganze eher alles im Privaten macht. Und wenn sich jemand dazu äußern sollte, dann sollte es Britney ganz alleine tun und niemand anders. Während ich das Video schneide, habe ich gerade durch Zufall gesehen, dass es wieder ein neues Update gibt. Und zwar soll Britney laut Insidern sich selbst zu der ganzen Thematik zu Wort melden. Sie möchte endlich ihr Schweigen brechen, was ich niemals gedacht hätte, dass das tatsächlich noch passiert. Man sagt, dass sie viel zu sagen hätte und dass es Zeit ist, für die Welt ihre Geschichte zu hören. Vor allem möchte sie den Menschen auch zeigen, dass sie nicht der kontrollierte Roboter ist, wie die meisten Fans das glauben und auch in der Lage ist, für sich selbst zu sprechen. Sie bereitet sich wohl gerade auf ein Fernsehinterview oder ein Magazininterview oder auch vielleicht ein Podcastauftritt vor. Seit mehreren Jahren führt sie wohl ein Tagebuch und würde auch ständig mit einem Diktiergerät rumlaufen, um diverse Sprachnotizen ihres Teams zu sammeln, die unter anderem auch Beweise für eine missbräuchliche Sachlage liefern könnten. Britney ist es einfach so leid, nicht gehört zu werden und möchte jetzt einfach für sich selbst sprechen, sich mit ihrer eigenen Stimme stark machen, was ich richtig gut finde. Bisher haben übrigens über 250.000 Menschen die Petition für sie unterschrieben. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich denke, ich werde euch nochmal updaten. Wir warten einfach ab. Mehr kann ich zu der ganzen Sache nicht sagen. Ich finde, alle sollten es einfach nur respektieren. Wenn man nicht öffentlich darüber sprechen will, dann sollte man diese Menschen auch in Ruhe lassen. Tatsächlich, so denke ich. So, das war es jetzt schon mit dem Video. Das ist das Neueste, was ich euch mitteilen wollte. Wie denkt ihr denn über das Thema? Glaubt ihr wirklich, dass da mehr hinter steckt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach nur, dass man versucht, eher Britney zu schützen und halt nicht so viel über die Krankheit nach außen dringen lässt. Ihr könnt mir ja gerne eure Gedanken in den Kommentaren dazu da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, wie immer. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.